So, hallo und alle zu einem neuen Video. Heute gibt es wahrscheinlich den letzten Teil dieser Map und wir befinden uns in dem in Anführungszeichen größten oder in Anführungszeichen größten Redstone-Schaltung, die ich hier gesehen habe. Denn riesige Pistons, riesige Command-Plug und wir haben auch wieder ein paar ganz kleine Mini-Aufgaben und wir müssen diesen Parcours durchschreiten, um die Map zu erfüllen. Es fehlt, wie gesagt, nur noch das eine Level hier und haben die Map auch schon abgeschlossen. Vorneweg wollte ich aber noch mal was ganz kurz fragen und zwar, ich würde gerne versuchen, mein Programm, also meine Videos, ein bisschen mehr dem anzupassen, was ich euch wünsche. Normalerweise läuft das ja so, ich gehe hin, mache mein Video und denke mal, dass es euch gefallen wird oder suche halt dementsprechend danach aus und mache das halt mehr so eine Eigenregie. Ich bin überlegen, demnächst vielleicht öfters mal Umfragen mit ins Video einzufügen, so wie beispielsweise hier, also rechts oben der Ecke, müsst ihr die Infokarte wieder aufploppen, falls ihr in der App oder am PC seid und da könnt ihr dann abstimmen, was ihr am ehesten von mir sehen mögt und ich werde das dann auswerten und vielleicht mehr Videos in die Richtung produzieren, die euren Interessen widerspiegeln. Gut, dann, ich habe nur fünf Sachen zur Auswahl, ihr könnt auch generell so Normalvorschläge unten reinschreiben, die werde ich dann vielleicht für das nächste Video und die Optionen oben ergänzen. Wie gesagt, ich bin dann ein bisschen mal am rausfiltern. Gut, dann lass uns mal loslegen mit dieser Karte hier. Ich bin hier stehen geblieben und suche natürlich jetzt noch erstmal die Aufgaben für das hier drin vielleicht. Wo ist denn der Quest? Oh, da habe ich gerade was gemacht. Aha, hier ist eine Kiste. Okay, ich dachte gerade schon. Level 4, Listen. Da gibt es jetzt die Informationen, was unsere Quests für diese Maps sind. Und zwar, ich muss oben zur Redzone-Torch schon kommen. Was? Das war schon alles? Das war schon gewesen bei diesem? Okay, pass auf. Die Map war ja nicht so einfach, wie wir festgestellt hatten in den anderen Leveln. Mal gucken, was es damit auf sich hat. Wir haben hier wieder eine kleine Miniaturaussicht von der ganzen Geschichte und die Frage ist, wie kommen wir zur Fackel hoch? Und das hier ist genauso wie das große hier. Vielleicht irgendwie hier unten entlang? Pass auf, wir gehen mal ein bisschen rum, denn beim Pissen ist auch eine Eisentür. Da schauen wir uns mal ein kleines bisschen um. Vielleicht brauchen wir da wieder einen Button oder so, um reinzukommen. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Da ist einiges an Redzone-Zeugs auch mit drin. Ja, also kleines Redzone, großen Redzone. So sieht es anscheinend in einem Pisten aus. Ah, sogar eine Tür. Okay, warte, warte, bevor ich jetzt da hingehe. Ich gucke mir eben gerade nochmal ein bisschen weiter die Gegend an, damit ich etwas besser beurteilen kann, wo ich rein muss. Gibt es hier was? Neuen gibt es natürlich nicht. Gut, also hier kann ich nicht irgendwo hoch. Auf diesen Repeater kann ich auch nicht drauf, so wie es aussieht. Und der einzige Eingang, wie ich das gerade beurteilen kann, ist tatsächlich die Tür in den Pisten. Dann gehen wir da nochmal rein. Rechtsklick drauf und Tür geht zu, bevor ich drin bin. Nochmal Rechtsklick und ich bin drin. So. Und hier haben wir anscheinend einen Pistenkatapult. Ah, ich muss hier drücken, so. Dann da, damit das Signal durchgeht. Da, damit es hier durchgeht. Da, damit es hier durchgeht. Ja, und da muss ich mich hier draufstellen. Dann werde ich hochgeschlaudert. War nur so ein Vermutung. Ah, und da ist nochmal ein Button. Den muss ich anscheinend nochmal drücken. Okay. Ähm. Macht Sinn, im Flug muss ich dann den Button drücken. Dann go. So. So, das klappt. Dann hier durch. Dann da durch. Und jetzt auf die Mitte stellen und den Button hier anvisieren. Nein. Ah, die haben wir nicht geschafft. Das ist nicht so einfach. Es ist schwer einzuschätzen, wie man denn dann da letzten Endes springt und hüpft und fliegt. Ja, gerade so geschafft. Fast hätte ich es verkackt. So, nochmal. Okay. Ich habe einen, okay, Button getroffen, Button getroffen, Button getroffen, Levitation-Effekt bekommen und ich bin hochgeflogen. Wunderbar. Und jetzt bin ich oben drin gelandet. Ich bin also jetzt in der Spitze des Pistens. Und dann kann ich mit einer Falltür rausgehen. Okay. Sehr gut. Wir haben es schon mal nach oben drauf geschafft. Und du bist da hin. Da haben wir die Map endlich abgeschlossen. In diesem Blummedab. Da unten ist ein bisschen Wasser drin. Und ich schätze noch, ich muss hier mit vollem Karacho rüberlaufen oder drin landen. Und erwarte, eventuell muss ich die Feder nehmen. Um, ja, ich glaube, muss ich die Feder nehmen. Ansonsten kann ich da nicht so weit springen. Und jump. Aha. Superspeed Feather of Doom. Okay. Dann lasse ich mal rausgehen. Ach, das hatte ich ja eben schon letztes Mal in dem Kessel lagert. Okay. Ähm. Dann einmal hier runter. Und einmal hier runter. So. Soweit so gut. Auf geht's nach der Händler-Streep. Na mal Luft rum. Fliegt da Ritz noch durch die Gegend? Anscheinend. So. Hier gibt es ebenfalls wieder einen Flying Pig. Okay. Hui. Ich bin drüber geschmissen. Und das Schwein stirbt. Besten Dank. Ähm. Das war kreativ. Äh, kreativ, muss ich sagen. Hier schön rübergeworfen. Man setzt sich auf ein fliegendes Schwein. Das fliegt einfach nach drüben. Und wenn ein Schwein stirbt, bekommt der Spieler selbst ja kein Damage. Und wie gesagt, ich muss es im Altmärz schaffen. Jetzt befinden wir uns gerade im, ähm, Dispenser. Und da würde ich auch gerade mal vorsichtig reingehen. Ganz vorsichtig. Eher. Eher. Oh, ich werde gerade Dispenser oder wie? Ähm. Hallo. Ah, da ist ein Button. Und der Dispenset mich dann. Der mit einem Flying Pig drüben drauf. Okay, der Dispenser schießt mich wieder mit einem fliegenden Schwein rüber. Bam. Bam. Okay. Dann wäre ich hier auf dem Daylight Sensor schon mal gerandet. Jetzt muss ich irgendwie noch darüber kommen. Und, ähm, ja. Jump and Run. Und kann es sein, dass man auf dem Redstone da laufen kann, weil da ein Barrier Blob oder so drunter ist? So, das ist nämlich, ja genau, das ist nämlich so ein Parcours. So, und jetzt noch einmal nach da hinten. Ha, geschafft. Und da drauf. Sehr schön. Und jetzt muss ich an weiteren Redstone stellen. Hier hoch. Also, ich sehe das ja mit der Maus und etwa, wo hier die Dinger sind. Die sind sogar ein komplett unsichtbarer. Das ist natürlich fies. Ja, ich habe es ja sonst nicht so ein Parcours, aber dieser läuft gerade ganz gut. War dann doch nicht, ja, was ist das für ein Sprung? Hier in 1, 2, 3, in 3 Blocksprung. Das geht ja. So, zack. Das hat funktioniert. Sehr gut. Hier hoch und einmal nach da. Kann man da hoch? Das sieht ein bisschen, ja. Ja. Okay, funktioniert. Okay, okay. So weit, so gut. Ähm. Ach komm, erzähl mir gar nicht. Ich schaffe das Level ohne Probleme oder was? Wir sind, wir haben es gleich geschafft. Aha. Ich werde noch Jump'n'Run Pro. Demnächst gibt es Jump'n'Run Video. Oder auch nicht. So. Puh. Damit ich damit nicht auf den Dropper drauf. Und jetzt muss ich auch wieder in den Dropper rein und mich auch wahrscheinlich hiermit wieder rausschießen lassen, nach oben zu fackeln. Und dann habe ich es geschafft. Ist das so? So, pass mal auf. Hier fällt man runter, glaube ich. Hier kann ich drüber laufen, weil hier Dings ist. So, dann hier auf diesen Block. Dann auf diesen Block. Dann auf diesen Block. Auf diesen Block und jetzt nach ganz unten. Hier rein. Und wie oder was? Nach oben ist ein Schwein. Und muss ich da einmal komplett wieder hochhüpfen dann? Ah, ich habe nur eine gewisse Zeit. Okay, pass auf. Ich muss es spawnen und dann schnell hochrennen. Okay, ich sitze. Bam. Flupp. Und damit habe ich, glaube ich, die Karte geschafft. Hier gibt es nochmal Credits. Also der Endabspann. Wer die Karte selbst stellen möchte, linken in der Videobeschreibung. So. Okay, gibt es sogar noch mehr Maps von ihm. Vielleicht kann ich da mal reingucken und brauche noch ein paar andere Sachen spielen. Die waren nämlich gar nicht mal so schlecht. Die Rätsel waren auch nicht so einfach. Und das war recht nett. Da werde ich mal einen Blick reinwerfen. Ich habe es jetzt nur auf Minecraft Maps gesehen. Planet Minecraft, wo ich die runtergeladen habe. Ne, Minecraft Maps war das. YouTube-Kanal habe ich noch gar nicht angeschaut von ihm. Aber nur so nebenbei. Dann muss ich nur noch einmal auf den Button hier drücken. Und wir haben die Karte endgültig geschafft. Sparker Phoenix has finished. Und dann ganz viele Goal Flags. Schwarz und Weiß einmal. Okay. Gib mir mal eine Sekunde. Ich gebe mal kurz den Game Mode 1. So. Und dann können wir so ein bisschen herumfliegen. Und dann können wir mal die Karten von oben begutachten. Ich mag es irgendwie, wenn man solche Mega-Builds Anfangszeuge macht. Weißt du, so kleine Blöcke in groß und dann noch irgendein Rätsel mit drin. Kommst ein Spectator-Mode schneller. Können wir noch mal alles sehen. Die Maps sind hier angeordnet. Die sind in der Luft schwebend. Verschiedene Inseln. Das war halt die erste Insel. Zweite Sekulis an sich. Und ein kleines Haus in einem großen Haus. Und die Map an sich heißt Smaller Life. Weil wir so winzig sind. Naja. Ich warte noch ein bisschen das Feedback ab von euch. Was ihr dazu sagt. Wegen welcher Art von Videos ihr öfters sehen möchtet. Bei so Sachen wie Craft Attack. Serien. Dies und das. Waro wird vielleicht gegen Ende des Jahres wieder kommen. Aber bei so Seriengeschichten und sowas. Tue ich mich momentan schwer. Denn es gibt keine großen Großprojekte mehr sozusagen. Also so wo mal wieder. Keine Ahnung. 40 YouTuber dabei sind. Auch alle großen mit dabei. Und so weiter und so fort. Und irgendwie ist das schwer. Irgendwie da was zu finden. Und ein Projekt zu machen. Minecraft Mage war jetzt eher wieder ein kleineres Projekt. Kam auf Dauer aber irgendwie auch nicht so gut bei euch an. Ich bin da überlegen. Mein altes Singleplayer Let's Play nochmal wieder zu beleben. Aber irgendwie hat Zinus und Klimm auch schon was in Aussicht gestellt. Wegen dem Projekt. Wenn die 1.13 rauskommen. Deswegen bin ich schon ein bisschen in den Her gerissen. Ich gucke erstmal was bei den Special Video Aufgaben oben rausgekommen ist. Also ob ihr Maps, Commands oder was ich gerne mögt. Und dann ja. Bis demnächst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das Krachen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020